So, hoch. Haha. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt wieder Verrücktes? Oh, da darf man auch nicht reinspringen. Klug irgendwo. Und logisch. Also, man will einen Schuss unten drin haben und einen hier drin. Hilfe. Hihi! Ah, oh Gott. Das ist ja eine graue... Wieso darf hier jeder Mensch eine Waffe haben? Das ist schlimm. Dann tötet mich alles so. Lustig. Fröhlich. Heiter. What the hell? Oh mein Gott. So. Und das reicht noch für einen Abfluss. Ich werd nicht mehr. 5, 2... Wo bin ich? Was ist hier los? Ey. Hört auf. Verpisst euch. Verpisst euch einfach. Ach halt, da oben kann ich ja gar nicht lang. Mist. Nein! Jetzt hab ich ihn am Arsch. Ich muss die da abhängen. Das ist die einzige Möglichkeit, da durchzukommen. Ich muss die hier... ...schon loswerden. Das war alle 3. Wenn ich dann 2 an mir hängen hab, dann ist das unmöglich. Mit einem... ...könnte es... Nein. Muss ich erstmal alle hier rüberziehen. Dann loswerden. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt noch für eine Zeit reichen kann. Wäre der Hammer, wenn nicht. Oh Gott. Dankeschön. Für euer schnelles Arbeiten. Alter. Nein. Da unten ist noch ein Pflaster. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein! Warum taucht es denn so spät auf? Oh Gott. Okay, aber man kann unter allen dreien herlaufen. Das ist schon wieder ein Fortschritt. 1, 2, 3. Dankeschön. Jetzt! Tauch hier auf. Dann fall nicht runter, Meat Boy. Mann! So schwer ist das nicht. Komm schon. Da rettet mir die Platte von mir den Arsch. Da auch. Und hüpf. Nein! Da war er im Weg. Da war er total im Weg. Jetzt. So. Und da. Da bin ich schön ausgeglichen. Sehr gut. Jetzt ist das Viech erstmal egal. Aua. Die Raketen fehlen leichter für weniger. Aha. Komm schon. Das ist mir viel zu knapp, wie ich das gerade mache. Viel, viel, viel zu knapp. Und er nervt immer noch. Hüpf. Hüpf. Oder warum? Warum? Drei von diesen Viechern. Ich meine, eines ist ja schon nervig, wie man da sieht. Und ich habe keine Ahnung, wie man die richtig abstellen soll. Oh, cool. Super durchgeglitscht. Geiles Spiel. So, jetzt aber. So trickst man ihn aus. Wird ihn dann los. Ja, jetzt ist er weg. Dankeschön. Dankeschön. Nein. Bleib weg von mir. Alter. Ähm. Ja, das ist sehr lustig. So, jetzt kann man auch mal hier das Replay sehen, was wir auch so viele mal sehen wollten. Oh, lustig. Ganz viele und dann sind es irgendwann nur noch ganz wenige, die überhaupt weiterkommen. Und dann sind da welche gefressen worden. Und zwei haben es weiter geschafft und tot. Dups, die Dups. Ein Scheiß, ey. Replay. Jetzt heißt es noch, das Pflaster holen. Da kann ich mir jetzt aber Zeit lassen und die erstmal rüberlocken. Damit ich die gleich loswerde. So nämlich. Bleib da hinten. Jetzt gehen wir die Sache mal langsam an. So. Und so. Und so. Gut, den Teil vielleicht jetzt nicht unbedingt langsam. Alten, das tut doch weh. So, ihr beiden. Dann kommst du rüber. Dann habt ihr drei da hinten. Eine Feier für euch. Und ich bin weg. Jetzt riecht ihr kein Fleisch mehr. Schade, ne? Könnt ihr mich nicht mehr fressen? So. Und so. Traumhaft. Dann ist die Säge da. Das Problem. Fucking Säge. Komm her. Dankeschön. So, ihr seid weg. Mal wieder. Dupdi-du. Dupdi-di-di-di-di-du. Komm schon. So. Jetzt wollt ihr da wieder feuern. Ich will da ganz schnell... Nein, ich will da nicht durch, weil da die Säge kommt. Mist. So. Darüber mit euch. Da dürft ihr bleiben. Da und nirgendwo sonst. Vielen lieben Dank. So. Oh. Warte ich zwei Rundenraketen ab? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist gesünder für Meat Boy. Aua. Das war zu früh. Dupdi-du. Komm her. Dankeschön. So. Super. Schön. Danke. Nein, was mache ich denn? Also jetzt werde ich ungeduldig. Das ist kein gutes Zeichen. Hm. Komm schon. Das ist nicht schwer. Echt nicht. Nicht wirklich. Ähm. Nein. Also ich warte zwei Runden habe ich jetzt beschlossen, ja? Ich gehe dann erstmal wieder hier hin. Jetzt haben die mir das so beschissen aufgeschossen. Was ist denn das? Ich will irgendwo eine Zweierlücke haben. Nicht mal das kriegt ihr hin. Danke. Da ist die Lücke, die ich wollte. Wow. So, jetzt darf ich mir hierfür was überlegen. Ich glaube, ich möchte erstmal alle wachrütteln. Und dann da runter. Was? Das ist krank. Das ist richtig krank. Hüpf. Rüber. Ja. Jo. Ist super. Dankeschön. Ha. So. Machen wir es hier schneller. Loslaufen. Alle wachrütteln. Wow. Das war mehr Glück als sonst was. Nein. Dann verfehle ich es. Da muss ich es treffen. Da muss ich es treffen. Dann habe ich es. Aber ich weiß jetzt immerhin, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Das ist das Wichtigste erstmal. Also in einem Plattformen mal wirklich erfassen, was zu tun ist. Und es dann machen. So läuft es. Das war cool. Das war sehr cool. Also ich will einmal rüberlaufen, deaktivieren. Und dann timingmäßig durchkommen. Ha. Wie mache ich das denn jetzt? Das ist jetzt Schritt zwei. Weiteres erfassen. Okay. Wipp. Danke. Nein. Leben kriegt ihr mich nie. Ihr Schweine. Ah. Du, du, du. Alter. Könnte meine größere Lücke. Danke. Sehr nett. Wenn ich es andersrum mache. Sprich, ich ziehe die alle rüber. Und pflaster. Und pflaster. Back to map. Jetzt kommt der lustige Part. Jetzt kommt der lustige Part. Ich schau.